Einen wunderschönen da bin ich wieder euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Diesmal Potata. Ich hoffe es wird nicht wieder so ein Reinfall, was nur in Englisch war, weil es steht im... ...Informationen, im PSN. Nee, Quatsch. Spielinhalte verwalten. Ich habe ja nicht mal das kennengelernt. Irgendwie... haben wir in die falsche Version gestartet. PS5 wollen wir starten. Spielinhalter verwalten. Ach hier unten muss ich hier rauf, bin ich doof. Produktanzeigen. Hat 2,36 GB die PS5-Version. Das sah ganz süß aus. Aber was mich halt stört... Ne, Bosskämpfe war es nicht. Hier. Untertitel Englisch und Russisch, aber hier steht nichts vom Spiel selbst. Welches Audio das Spiel hat. Ach, jetzt haben wir hier Settings, ok. Audio, Musik, Sounds... ... 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 Es ist ein schönes Spiel. Von der Grafik her ist es wirklich süß gemacht. Der Ton ist auch gut. Musik ist nicht so nervig und so. Aber was bringt es denn, wenn alles wieder... Kann man denn hier nicht wenigstens... wenigstens deutschen Untertitel irgendwie? Wenigstens weiß, was die von ihm wollen. Englisch und Russisch ist einfach zu wenig. Nee. Nee, Leute, das muss ich abbrechen. Das bringt mir nichts, bis ich ja nicht was ich machen soll. Und hier mal mit Handy rausholen und den Übersetzer bemühen, das ist mir auch zu blöd, ehrlich gesagt. Nö. Wer Englisch kann, für den ist es was. Für mich, der kein Englisch kann, kontraproduktiv. Wir sehen uns. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin. Gotts. Yay. Ein ja piss Stress.